Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vlogserie auf meinem Kanal. Thema heute, warum mache ich YouTube und wie bin ich dazu gekommen? Und nach dem Intro geht es auch sofort los. Ich mache YouTube schon einige Jahre. Diesen Kanal gibt es seit dem 23.02.2015. Und ich habe vor vielen Jahren irgendwo mal gelesen, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Und da habe ich dann eigentlich alles, was ich gefunden habe, und Videos hochgeladen. Da hat es nicht lange gedauert. Kommen die Urheberrechtsverletzungen, wurde der Kanal wieder gelöscht. Da habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Weil da wusste ich es noch nicht mit den Urheberrechtsverletzungen. Und da habe ich dann wieder einen neuen Kanal aufgemacht, habe wieder ein bisschen was hochgeladen. Ja, dann ging die ganze Geschichte wieder von vorne los, wurde der Kanal wieder gesperrt. Da hatte ich die Schnauze erst mal etwas voll. Dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen damit beschäftigt und habe damit bekommen, ja, das darf man halt nicht hochladen, so alles mögliche. Ich sage jetzt, ich weiß auch noch, was das für Videos waren, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Und dann habe ich natürlich gesucht, was man für Videos hochladen kann und so weiter und so fort. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, oder bin ich auch nicht gekommen, eigene Videos zu produzieren. Also das hatte ich da irgendwie gar nicht im Sinn. Ich glaube, da hatte ich auch keine Lust dazu, mit 18, 19, 20 irgendwie. War damals so bei mir, hat sich ein bisschen geändert jetzt alles. Ja, und dann kam die erste Runde im DFB-Pokal, da habe ich natürlich alle Spiele, alle Tore aufgenommen, die dann auch hochgeladen, hat auch funktioniert, habe ich auch Geld damit verdient. Früher ging das noch einfacher als jetzt da, Geld verdienen bei YouTube. Ja, und da habe ich gedacht, wenn das funktioniert, jetzt zahlt die zweite Runde auch hoch. Die Spiele aufgenommen, die Tore aufgenommen, auch wieder hochgeladen, hat funktioniert. Dann kam die dritte Runde im DFB-Pokal, hat auch funktioniert. Dann habe ich gedacht, wenn das funktioniert, jetzt zahlt die Bundesliga-Spiele auch hoch. Naja gut, das hat dann nicht mehr funktioniert, kam dann auch der Strike. Dann durfte ich da keine Videos mehr monetarisieren. Dann habe ich dann gedacht, okay, ich lasse das halt gehen. Habe ich dann mit dem Geschäftsführer der DFB, mit dem Herrn Seifert Kontakt aufgenommen, habe gefragt, ob das möglich wäre, die Videos hochzuladen. Er meinte, kurz und knapp, nein, das geht nicht. Na gut, habe ich dann auch fast gehen gelassen, sagen wir es mal so. Ich habe mir dann was anderes einfallen lassen. Und zwar habe ich dann die Videos dann anders hochgeladen, sagen wir es mal so. Ich habe dann die Tore rausgeschnitten, habe dann einfach nur eine kleine Zusammenfassung gemacht. Und habe dann das auf Dropbox hochgeladen und habe dann auf YouTube ein anderes Video erstellt, wo man auf den Link dann gekommen ist. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Ja, das hat funktioniert. Es gab halt viele negative Bewertungen und auch einige schlechte Kommentare, aber es war mir eigentlich egal. Ich habe halt ein bisschen Geld damit verdient. Nicht die Welt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel es war. Es war auch nicht so viel. Auf jeden Fall habe ich das in der Zeit gemacht. Und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr dazu, weil es war trotzdem sehr, sehr zeitaufwendig, noch die anderen Videos dann noch extra zu erstellen und da hochzuladen und da zu schreiben und da zu machen. Und da habe ich dann gedacht, komm, vergiss es. Dann habe ich dann irgendwas anderes hochgeladen, irgendwie Champions League. Und da kommt dann wieder ein Strike, noch ein Strike und da war der Kanal auch wieder weg. Und dadurch eine ganze Zeit war kein YouTube-Kanal, also keinen eigenen, also wo ich eigentlich hätte Videos hochladen können. Und da habe ich gedacht, na komm, du machst noch einmal einen Kanal, wenn es nicht funktioniert, lass es gehen. Na gut, dann habe ich dann Disney eröffnet. Und da habe ich dann alle Folgen von Ein Käfig voller Helden hochgeladen, weil ich gesehen habe, die wurden auch schon hochgeladen und sind auch schon viele Jahre drin gewesen. Also da habe ich gedacht, na komm, letztlich auch einfach mal hochgeladen, da habe ich auch ein bisschen was verdient, muss ich auch ehrlich und offen zugeben. Und dann kamen von HBO ja auch wieder die Strikes, es waren 168 Videos, 168 Strikes, war da aber zu einem zusammengefasst, also ein Strike, ein großer Strike im Prinzip. Ja, und da habe ich gedacht, okay, wird der Kanal auch wieder gelöscht, aber zum Glück wurde dann die Monetarisierung für ein Jahr gesperrt. Habe ich gedacht dann auch, alles klar, okay, gut, wenigstens konnte ich den Kanal behalten, da war ich schon richtig glücklich und froh drüber. Ja, habe ich dann ein Jahr keine Videos hochgeladen, dann habe ich mich mal hingesetzt, habe den Namen geändert, weil normalerweise hieß der Kanal, wie ich heiß, Christian Schubert, dann habe ich das umgeändert, so ein bisschen überlegt, was man machen kann. Und dann habe ich angefangen Videos hochzuladen von Windows und Smartphone Updates, wirklich alles mögliche, Adobe Flash Player und so weiter und so fort und Mozilla, wie sie alle heißen, das ist eigentlich, ja, relativ gut angenommen worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann waren wir im Urlaub in Südtirol, habe ich auch einige Videos produziert und hochgeladen, so hat sich das Ganze dann aufgebaut und auch als ich wieder zu Hause war, dann habe ich dann Unwetter aufgenommen, Blitze und so weiter und so fort. Ab und zu war ich auch mal zum Fußball, da habe ich auch ein paar kleine Videos gemacht, die habe ich dann auch hochgeladen, ist auch gut angenommen worden und dann ist Winter geworden, da habe ich das auch aufgenommen, hochgeladen, es wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ja, gerade in der Analyse, es ist jetzt, das Video produziert, gerade am 17.11. in Teil 2 und seit 2-3 Wochen schauen sich die Leute vermehrt Wintervideos von mir an, also Schneeproduktion und Schneefall, also die Leute warten wahrscheinlich auf dem Winter. Ja, und der Winter kommt, definitiv, und der Sommer war natürlich echt super, da kann man sich schon mal den Winter wünschen, ja, wenn der Sommer so wunderbar war. Und Gaming habe ich auch ein bisschen was hochgeladen, nicht zu viel, ich bin eigentlich kein Gamer, ich spiele ein bisschen was am PC, aber eher sehr selten und das, was ich spiele, laute ich halt nicht hoch, das bringt ja nichts. Ich habe mich auch ständig weiterentwickelt und überlegt, was man auch so hochladen kann, machen kann und in Sonneberg ist dann immer das 6 Stunden City-Card-Rennen, das habe ich dann letztes Jahr, 2017 praktisch aufgenommen und hochgeladen und da ich auch sehr viel in der Natur unterwegs bin, habe ich auch mal ein paar Videos gemacht, Naturmeditation, Wasserfälle und Waldgeräusche, Waldrauschen, Naturgeräusche, sowas habe ich auch hochgeladen, ist auch sehr, sehr gut angenommen, habe ich einige tausend Klicks drauf, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und auch froh. Am 23.04.2017 habe ich dann mein erstes Video von Lost Place hochgeladen, ich denke mal, bei Lost Place, ja, muss ich euch auch nichts sagen, können ja sehr, sehr viele, machen auch sehr, sehr viele. Dann war das wieder eine neue Kategorie und dann wurde das immer mehr. Zwischenzeitlich hatte ich auch die Weisheitszorn-OB, da habe ich auch eine kleine Vlogs hier, das hat es gemacht, wieder was Neues, was auch super ankommt, ist die Kategorie Tiere, also das ist ja, da geht es ja richtig gut ab. Da habe ich auch ein Video mit über 16.000 oder 18.000 Klicks, das ist wunderbar, das ist super, da freue ich mich echt drüber. Und dann kommt die Pilzzeit, habe ich natürlich auch ein kleines Video drüber gemacht, also wie gesagt, ich nehme halt, ich nehme eigentlich alles auf, was ich so, ja, finde oder was mir so einfällt, oder wenn ich halt unterwegs bin, ist halt einfach so. Dann habe ich das Rauchen aufgehört, habe ich auch wieder in einer kleinen Vlogserie gemacht, also was ist, ihr merkt schon, also man kann eigentlich alles hochladen, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Dann ging es weiter über das Surferteil, sind ja bei uns hier in der Gegend sehr, sehr viele Veranstaltungen, Kirchweih oder Oldtimer-Treffen oder Dompflok-Tage. Und da, wenn ich immer, wenn ich mal Zeit habe, fahre ich da immer hin und nehme es auf und lebe es hoch. Das ist halt so, was halt bei uns so los ist, zeige ich dann den Leuten, außer halt die halt, wo zum Beispiel in München wohnen oder Rostock, was halt bei uns so in der Gegend hier los ist, wird auch gut angenommen. Und dann habe ich mal ein paar Videos gemacht über Geld verdienen mit dem Handy und am PC, das wird auch gut angenommen, hat auch funktioniert das ganze Zeug, hat funktioniert immer noch, könnt ihr auch mal reinschauen. Ist echt ein kleines Nebeneinkommen, sagen wir so, zwischen 50 und 100 Euro im Monat, ist schon nicht schlecht. Dann bin ich zufällig auf ein paar Videos gestoßen von, ich sage mal Kai-Uwe Meier, ich denke mal, das sagt auch vielen was. Damit die dubiosen Anrufe von Callcenter-Schwachsinn, da habe ich gedacht, okay, nehmen sie es halt auch auf und lebe es hoch. Habe ich auch gemacht, habe ich auch 8, 9 Videos drin, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ja, dubiosen Anrufe, Callcenter-Schwachsinn, naja, muss ich auch nichts weiter drüber sagen. Also, ich war zu einigen Veranstaltungen dieses Jahr, also ich habe jetzt über 500 Videos hochgeladen, also es ist schon ganz schön, was ich schon gemacht und geschafft habe. Nächstes Jahr gibt es sicherlich auch wieder einige Veranstaltungen, die ich aufnehme, kommen auch wieder einige Videos dazu, kommen noch ein paar Los Plays Videos dazu. Also, ja, die Vlog-Serie hier, die ich jetzt neu am Anfang habe, da sind schon 14 Videos in Planung, wo ich euch dann zeigen möchte und erzählen möchte. Da sind sehr interessante und spannende Themen dabei, sowohl positiv als auch negativ. Also, die Vlog-Serie weiter zu erfolgen, das lohnt sich wirklich für euch. YouTube ist aktuell noch ein Hobby für mich, oder besser gesagt, eine große Leidenschaft. Es verschlingt trotzdem einige Zeit, viele Stunden gehen pro Video drauf, aber das macht mir nichts aus, mir macht es Spaß. Das mache ich auch noch die nächsten Jahre weiter und vielleicht ergibt sich ja mal, was ich davon leben kann, irgendwann in den nächsten Jahren. Jetzt noch nicht, das weiß ich. Ich mache ein paar Euro Umsatz damit, alles schön und gut, aber ich hoffe, dass sich das ein bisschen steigert erhöht, die Abonnenten, die Aufrufzahlen. Ich meine, es steigt ja alles so stetig, aber ich könnte nochmal einen richtigen Schub geben, das wäre richtig super. Ich habe mir dafür auch ein bisschen Ausrüstung gekauft, also meine große Kamera ist die Canon X-HR1. Da habe ich noch ein Action-Cam, Stativ und Taschenlampen, wenn ich unterwegs bin in Lost Places, wenn es dunkel ist. Ja, Ausrüstung habe ich eigentlich genug für das sowieso, wie es jetzt betreibt, reicht es auch normal. Wie gesagt, wenn es irgendwas mehr Dresser gibt, wäre es richtig super, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Aber das zeigt sich mit der Zeit. Ich weiß auch, dass ich qualitativ gute Videos produzieren muss. Ich habe mich ja auch verbessert. Ich weiß auch, dass ich mich noch mehr verbessern muss. Kamera-Aufführung, das weiß ich, da habe ich aktuell ein bisschen Probleme, keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es auch ein bisschen Nervosität, die ich manchmal an den Talk liege, aber eigentlich bin ich nicht so nervös. Aber ja, das Video soll leider auch ein bisschen was, soll ein bisschen ansprechend sein, sagen wir es mal so. So ihr lieben Leute, das soll es gewesen sein vom zweiten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir was in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben und ganz wichtig, was ist mir da? Ich danke euch und bis zum nächsten Samstag mit Teil 3 geht es dann weiter. Ciao! Ciao!